Papapapapapap, Puttelfullt. Es ist endlich da Kinos. Ich mach euch das, warte mal. Geh weg. Guck mal hier, Granate. Achtfach-Kill, pass auf. Oh fuck, hab ich den getroffen. Das war ich nicht. Geiler, scheiß. Was, das macht sie putt. Was, 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 oh, vorge... 93. Halten, um wieder... ne fuck, ne ne ne. Hilft mir irgendwie... Pass auf. Batz. Hilft mir irgendwie... Hallo? Danke, Bro! Fuck! Auf Einzelschuss! Ja, scheiße! Einzelschuss, wie geht das zurück? Auf B? Nee, auf V? Ja, auf V. V wie vor... Keine Sorge, Männer! Ich repariere das hier kurz. Halt euch zurück. Komm mal! Ah, das ist jo... Das ist jo... Fortnite. Alter, ich hab sogar C4 am Schlüssel, Mann. Ehe, dude! Jungs, das ist der Porno-Squad, den ich hier hab, ne? Pass auf, dafür mach ich jetzt voll die ehrenvolle Geschichte. What? Oh, shit. Oh, what the fuck? Easy Headshot, my dude. Ist es unser? Das war mal ein Feind? Können wir Feinde wiederbeleben und dann rekordieren? Das sind wir von der Zeige Jehova, oder was? Fuck, deckungslos. Ich bin deckungslos. Nein, 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 nein. Brauche Munition. Ich hab keine Granaten mehr. Warte, warte. Hab ich davon noch? Fuck, nein, da hab ich nicht. Da ist noch ein Feind. Oh, fuck, warte. Alter, wie krass ich mich geduckt hab. Guck mal. Boom. Boom. Platziere Dynamit. Peng. Level 1 Sturmsoldat. Ich bin so krass drauf, ey. Da oben, siehst du nicht? Da oben ist noch einer. Hilfe! Oh, dankeschön. Oh, was ist mit denen los, Alter? Guck mal. Oh, fuck, der Granaten, Jungs. Ich mach euch die jetzt weg, Alter. Go, Top-Schuss. Wo bin ich denn? Flieg ich grad durch die Map? Guck mal. Kätzchen. Mate? Der ist grad voll weggeflogen, ne? Kann ich ihn trotzdem noch heilen? Wie heilt man denn? Kill-Hilfe. Hab ich gerade den Mate, ähm, gestorben? Munition hier, der schmeißt einfach weg. Hier, ne Granate für die Schmerzen. Alter, 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 alter. Noch einer, noch einer, noch einer. Ja, Doppelkill. Nur ein Kötzer, keine Sorge. So. Emil, lass mich mal da drauf. Geh mal raus. Ich will das mal. Alter, wie er sich bewegt will. Guck mal, der schießt auf die Light. Emil. Kann ich auch kurz irgendwas cooles machen, bitte? Alter, nehmen die grad die Hüten ein. Was? Verliehen sie? Ne, das glaub ich nicht. Oh, oh, nice, Jungs. Sehr schön. Bleib von unseren verkackten Hüten weg. Das sind unsere Hütte. Ihr schießt doch nicht. Batsch, so macht man das. Oh, Kätzchen. Jetzt legt sie sich direkt vor mich. Man nennt sie auch die Katze. Die spielt's für die Feinde, die lenkt mich ab. Wir haben Ziel, Emil, der Omer. Weil die sprachen ein Auto. Ja, ich sprach mal ein Auto jetzt, ein Fiat. Ja, warte, ich will da dran, ich will da dran, ich will da dran. Ich mach das, ich mach das. Ja, ha, 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 ha. Uh. Oh, oh, oh. Ah, ich hab' beschossen. Guck mal da hin. Du frechdachs. Da läuft einer. Batsch. Warte mal, pass auf, pass auf. Trick, ich zeig euch Trick 17. Ab dann. Ihr schmeißt den Ding, macht Batsch. Und geht ins... Äh, falls ihr das noch nicht gemerkt habt, ich, äh, ich vermute. Fuck. Ba-ba-ba-ba-da. So, wie kann ich jetzt den Rick Arini Bambini anschreiben? Wir haben die Alliierten monatelang gejagt. Jetzt... Überspringen. Ich muss jetzt mit Ricky in den Squad. Sonst pack ich das nicht. Wie geht das? Wie funktioniert das mit dem... Achtung, pass auf, wo sind die Ricky? Ricky Morden. Taisa, still! Beitreten! Rick, 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 wie, wie trete ich da bei? Wie geht das, wie geht das? Drum beitreten. Rick! We got it, Rick! Guck mal, Rick, wie er aussieht. Rock! Oh nein, du rock! Wie Rick schon wieder ganz vorne ist, guck mal. Granate hier drin! Fuck, 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 fuck! Ich weiß nicht genau, was wir hier machen müssen. Aber ich geb' meinen Faschissewächtes. Da kommt einer runter. Ah! Die Landung war jetzt nicht so. So, Batsch, Alter, aus die Maus, Junge. Fahrer. Das ist es, Leid. Ach gut. Ah, Licky! Bumm! Nummer eins! Max! Nummer zwei! Bam! Du musst ran. Okay. Oh, shit! Auf dir einen noch genannt. Und der Feind ist immer noch unter uns. Wir haben Verstärkung angefordert, doch bis... Gut überspringen. Rick! Hallo! Hallo? Oh, ich will mitfahren, warte kurz. Ui! Fuck! Rick, ich rette dich. Keine Sorge, ich halte dir. Merkst du grad mal was, Rick, hä? Boom. Ich hab noch nie im Leben schon drei Ziele verloren. Geh mal weg, ich mach das hier. Guck mal da. Ja! Den hab ich komplett tot gemacht. Hui! Und Rick hat's gesehen. Ja, Rick, lass uns woanders hingehen. Oder soll ich noch einen abknallen, Rick? Okay, so. Das Aim hab ich dafür. So, Männer. Fahr die Fert jetzt. Scheiße! Der Rick da hinten. Also, ich... Rick! Ich spawn bei Rick und wir werden von dem Flugzeug bombardiert. Schmeiß ich mal eben mal hin, so ein Tellerchen. Leute, verschwinden die, wenn ich sterbe? Wahrscheinlich, ne? Na klar. Egal, ob ich sterbe. Und nicht! Kommen wir mal zum Thema Essen. 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 Ich hab kein Obst hiervon. Job. Das ist Obst im Haus! Weg vom Auto, du Sack! Ja, ich möcht mit dem Entschärfungspanzer fahren. Ja, zieh ab, Mann. Schusch! Jetzt gönne ich mir hier einfach ganz genüsslich B. So. Oh, Scheiße. Panzer, Panzer, Panzer. Oh, fuck. Oh, fuck. Rick, Rick, Rick. Ich bin schon da, Rick. Bye, have a beautiful time.